Die kleine Raupe Nimmersatt von Erik Karre Hallo, ich bin Erik Karre, Schöpfer der kleinen Raupe Nimmersatt. Feiern Sie ihn! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Sie war nicht mehr hungrig, sie war richtig satt, und sie war auch nicht mehr klein, sie war groß und dick geworden. Untertitelung des ZDF, 2020 War ein wunderschöner Schmetterling. War ein wunderschöner Schmetterling.